Das hier ist der Candy Arcade, eine witzige Spielerei für jede Party. Im Lieferumfang findet man natürlich neben der eigentlichen Candy Arcade noch 24 kleine Plastikmünzen, damit man das Spiel in Betrieb nehmen kann. Auf der Unterseite des Gadgets findet man neben einem An- und Ausschalter noch einen kleinen Münzschacht, um die gespielten Münzen zu entnehmen und ein großes Batteriefach. Mit Süßigkeiten befüllen lässt sich der Candy Arcade durch einen kleinen Schacht auf der Oberseite. Steuern lässt sich das Gerät übrigens über drei kleine Steuerknüppel auf der Vorderseite. Hat man es nun geschafft, sich eine Süßigkeit zu angeln, so muss man diese nur noch in den Auswurf legen. Danach kann man die Süßigkeit entnehmen und ganz einfach essen. Und nun zum Fazit. Mir persönlich gefällt der kleine Candy Arcade sehr, sehr gut. Und auch der Preis von 50 Euro und die Verarbeitung sind sehr gut gelungen. Das Ganze lässt sich sehr, sehr gut steuern und ist nicht unbedingt schwer, sich etwas herauszuholen. Aus diesem Grund erhält der kleine Candy Arcade durchaus eine Kaufempfehlung. Ihr könntest wirklichкв Class Coca mit einem kleinen Schwestern abbringen unseres deer aussch cheesecakeforschen reinschaut. Ich glaub.